Wolfgang hat vor seiner ersten Stadion-Tour hat er gesagt, Licht brauchen wir nicht. Da habe ich zu ihm gesagt, aber Wolfgang, die Leute wollen dich doch sehen. Achso, aber ich singe doch, ich bin doch ein Sänger, die können mich doch hören. Also nur um mal zu zeigen, welchen Fokus er auf solche Dinge hatte. Wie gesagt, er war kein Poser, das war ihm nie wichtig. Was aber nicht heißt, dass wir uns diesem Stil verschrieben hätten. Nein, wir haben eine sehr schöne Produktion. Wir haben versucht, die Stadion-Produktion aus 1999, war glaube ich die letzte, so ein bisschen aufzunehmen und das Design dann natürlich in die heutige Zeit zu transportieren. Wir werden eine riesige LED-Wand haben, wo wir auch Ausschnitte aus den Konzerten von damals zeigen, wo wir zeigen, wie die Zeiten waren. Das waren Zeiten ohne Handys, unvorstellbar für uns heute. Ja, solche Dinge. Und wir werden in die Gesichter der Leute von damals schauen. Wir werden mit Sicherheit die Freude und Begeisterung transportieren. Es wird eine wunderschöne Show werden, aber ich will jetzt nicht so aus dem Nähkästchen plaudern.